Wie sind wir mit dem 100-Kilometer-Preis? Was kostet denn hier jetzt eine Tankstelle? Perfekt. Benzin kostet 1,79, sagen wir mal, West-Case-Szenario. Auf der Autobahn bei 10 Litern Verbrauch sind wir bei 18 Euro auf 100 Kilometer. Beim ID.Bus, wenn du bei Ionity lädst, zahlst du ja 35 Cent die Kilowattstunde. Und bei 26,5 Kilowattstunden bist du da bei einem 100-Kilometer-Preis von 9,27 Euro. Einfach mal eiskalt die Hälfte. Punkt geht sowas von dick an den Elektro, das kann ich euch gar nicht sagen.